So, herzlich willkommen zum Test der Fujifilm X100V. Diese Kamera ist wahrscheinlich die beste Edelkompakte auf dem Markt der Zeit. Sie ist eine fantastische Kamera insgesamt. Sie kann unheimlich viel, aber ich würde euch auf keinen Fall empfehlen, dieses als erste Kamera in Erwägung zu ziehen. Diese Kamera ist ganz klar, richtet sich an Profis als Zweit- oder Drittkamera. Und ja, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn man damit hundertprozentig zufrieden wäre, wenn man sich das als, sagen wir mal, neben dem Smartphone als nächste Kamera kauft. Warum das so ist, nach dem Intro. Bis gleich. Ganz kurz, eine kleine Werbeunterbrechung. Es ist ja so, dass wir diesen Channel eigentlich fast komplett ohne Werbung betreiben. Und das liegt daran, dass wir eigentlich unser Geld mit stefan-und-kai.de verdienen. Und wir sind natürlich beide hauptberufliche Fotografen und verdienen damit den Großteil unseres Geldes, aber haben seit ein, zwei Jahren uns halt auch viel mit YouTube, mit Podcast beschäftigt. Und auf stefan-und-kai.de stehen mittlerweile schon bestimmt 30 Stunden Online-Kurse, wo wir halt euch mitnehmen auf Shootings, die wir in unserem ganz normalen Arbeitsalltag gemacht haben. Das heißt, das können Hochzeiten sein, das können Firmenshootings sein, das können Porträtshootings sein. Und da packen wir quasi eine GoPro oben auf unsere Kamera und ihr seid dann sozusagen live dabei. Finden wir es, die beste Möglichkeit zu lernen. Das Ganze gibt es im Abo ab 9,90 Uhr im Monat. Schaut da mal rein, würden wir uns sehr freuen. Okay, nun zur Fuji X100V. Diese Kamera habe ich mir mal anschauen wollen, weil ich Fuji schon länger interessant fand. Ich finde halt, Fuji hat ein sehr, sehr cooles System auf dem Markt. Ich kenne auch einige Hochzeitsfotografen, ich glaube zwei persönlich, die halt die Fuji X-T3 im Einsatz haben für Hochzeiten ausschließlich, die also zwei davon mitbringen mit guten Objektiven. Da gibt es sehr, sehr schöne, sehr offenblendende Objektive, die auch einen ähnlichen Look dann im Grunde haben, wie man es mit Vollformat-Kameras hätte. Und von daher fand ich die Fuji schon immer irgendwie interessant. Und diese X100V, da habe ich auch Vorgängermodelle schon mal so ein bisschen ausbildet, ein bisschen rumgespielt. Ein Freund von mir, der bis vor kurzem mein Nachbar war, hatte die halt. Und von daher kannte ich das alles schon und fand es schon immer interessant. Was ist jetzt daran so besonders? Also wir haben jetzt hier eine APS-C Kamera, also einen Crop-Sensor, der ein bisschen kleiner ist als Vollformat. Wir haben eine Festbrennweite hier dran. Das ist ein 23mm f2 Objektiv. Also es entspricht ungefähr 35mm, vielleicht 1,8, wenn man es auf Vollformat umrechnet. Und die Bedienung ist im Grunde wie bei einer Filmkamera. Ihr könnt hier die Blender direkt am Objektiv verstellen. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf A für Automatik stellen. Und dann könnt ihr also, wenn ihr die Blende ausgewählt habt, könnt ihr dann hier die Verschlusszeit verdrehen, oben am Gehäuse, so wie das bei vielen Filmkameras eben auch früher war. Und wenn ihr die ISO einstellen wollt, zieht ihr einfach das Rad ein bisschen hoch und dann dreht ihr die passend dahin, wo ihr sie haben wollt. Das ist prinzipiell, finde ich, sehr, sehr schön gelöst. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Wenn man gerne mit Belichtungsautomatiken oder Zeitautomatiken arbeitet, hat man hier auch noch einen Rat, um die Belichtung zu korrigieren. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt draußen stehe, es ist Sonnenlicht hinter meinem Motiv, es ist insgesamt viel Licht, aber mein Motiv selber ist im Schatten, dann will ich wahrscheinlich die Belichtung auf mindestens eine plus eine Blende stellen, vielleicht sogar mehr auf zwei Blenden, damit eben mein eigentliches Motiv auch hell genug ist. Nochmal so als Beispiel dazu. Das ist auch eine sehr schöne Art und Weise zu fotografieren, gerade wenn man noch nicht mit manuell so hundertprozentig klarkommt, kann ich das nur empfehlen. Aber was das Ganze eben ab Absurdum führt, ist, dass diese Kamera zusätzlich auch noch vorne und hinten ein Drehrad dran hat. Das heißt, ihr könnt auch viele Einstellungen einfach über die beiden Räder drehen, von daher macht es jetzt nicht so unbedingt Sinn, hier oben diese coole Film-in-Film-Look gehaltene Drehräder auch noch zu haben. Also, ja, muss jeder selber wissen, aber grundsätzlich würde ich es eher als Vorteil auslegen, dass man natürlich die Kamera eben so bedienen kann, wie man das gerne möchte. Man kann sich also aussuchen, was einem am besten liegt. Ich würde sagen, wenn ich jetzt Street-Fotografie, dafür ist die Kamera auf jeden Fall sehr, sehr gut, machen will, dann sind diese Drehräder wesentlich schneller. Wohingegen, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit habe, vielleicht irgendwie Reisefotografie mache, dann ist das kein Problem, da mal oben kurz drauf zu gucken, um eben ISO und die Verschlusszeit festzulegen. Schauen wir uns mal den Rest der Kamera ein bisschen genauer an. Also, ihr habt hier einen Sucher und dieser Sucher ist entweder voll elektronisch, also er hat sich jetzt gerade geschlossen, als ich aufgemacht habe. Die nennen das aus irgendeinem Grund Sportsucher-Modus. So, wenn ich den ausmache, dann sollte sich das hier vorne öffnen. Genau. Und ja, ich habe jetzt einen Hybrid-Sucher. Und dieser Hybrid-Sucher funktioniert so, dass ich im Grunde einen optischen Sucher habe. Ich schaue da direkt durch. Ich kann auch hier meinen Finger sehen, dieses Objektiv. Also, ich schaue einfach schräg über das Objektiv. Und ich bekomme aber Informationen über die aktuellen Einstellungen eingeblendet. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Mischung. Es gibt natürlich viele Leute, die immer noch lieber, weil sie es gewöhnt sind von der Spie-Reflex zum Beispiel, einen optischen Sucher benutzen. Das heißt, ich schaue durch die Linse oder eben hier jetzt am Objektiv vorbei. Und das finden viele natürlich immer noch sehr viel leichter als eine elektronische Suche. Wenn man faktisch, wie bei meiner Sony zum Beispiel, mit der ich jetzt auch gerade filme, ja, da ist es halt so, ich schaue im Grunde auf ein Display, ich schaue also durch den Sucher, aber in Wahrheit schaue ich nur auf einen kleinen Mini-Monitor. Und das ist zugegebenermaßen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Von daher ist das eigentlich die beste Variante aus beiden Welten. Da sind quasi beide Optionen vorhanden. Ihr könnt natürlich auch über das Display hier arbeiten. Ihr könnt auch über das Display, wenn ihr einfach was auswählt, dann wird auch direkt ein Foto gemacht. Also auch das ist sehr, sehr schön gemacht. Die Tasten sind alle sehr, sehr schön vom Feedback her, meiner Meinung nach. Hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Die Bedienung ist schnell. Das Menü Q, das Quick-Menü, hat auch unheimlich viele Optionen. Könnt ihr mal kurz da drauf schauen. Ja, das ist schon, da ist eigentlich alles dabei, was man sich so vorstellen könnte, was man jetzt, was man schnell braucht. Und ja, von daher hat mir die Kamera an sich sehr, sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen komisch fand, ganz ehrlich, als ich es eingesetzt habe, als die Kamera zum ersten Mal getestet habe, das war in Niagara-Fällen, da musste ich halt dann auf dem Smartphone mal schnell googeln, wie ich denn eigentlich ein Video damit starte. Weil ich wusste, dass die Kamera eigentlich auch einen sehr, sehr guten Video, wo es es hat. Ich hätte es aber nicht gefunden, weil hier vorne ist nämlich ein roter Knopf. Ich dachte so, alles klar, da drehe ich wahrscheinlich oder drücke drauf oder so, dann geht das schon. Aber das ging halt nicht. Und da muss man also hinten auf den Drive-Knopf drücken. Dann muss man einmal kurz in den Movie-Modus gehen. Das kann man ganz schnell machen über diesen Joystick hinten dran. Ja, ist jetzt nicht die schnellste Variante, ist auch nicht die langsamste. Habe ich aber nicht als besonders angenehm empfunden. Finde ich nicht besonders praktisch. Kann man sicherlich noch irgendwie umstellen. Habe ich hier noch nicht rausgefunden. Aber das fand ich schon mal von vornherein ein bisschen merkwürdig. Aber das ist ja nur so ein kleines Detail. Insgesamt ist die Bedienung sehr, sehr gelungen. Es gibt ein paar coole Funktionen, wie unter anderem die Filmsimulation. Ihr könnt hier verschiedene Filme auswählen. Da gibt es den Standardfilm, der heißt, glaube ich, Velvia. Oder ne, Velvia ist der lebendigere Film. Standard heißt Provia. Dann gibt es verschiedene Varianten vom Chrom. Dann gibt es verschiedene Schwarz-Weiß-Filme. Dann gibt es Astia. Es gibt Ektar. Es gibt richtig, richtig coole Filme. Oder Filmsimulationen. Und das bedeutet im Grunde, dass auch JPEGs schon eine bestimmte Farbumgebung haben. Und die ist eben an den Film angelegt. Da kennst du natürlich Fujifilm richtig gut aus. Fujifilm ist meiner Meinung nach so mit Leica eigentlich führend, was schöne Farben in JPEGs angeht. Und ja, das ist natürlich, wenn ihr jetzt RAW-Aufnahmen macht, ist es nicht ganz so wichtig, weil das dann nur in dem RAW-Bild ja liegenden JPEG dann zwar gespeichert wird, aber ihr grundsätzlich bei RAW die Farben komplett noch verändern könnt. Aber, wofür das sehr wichtig ist, ist, wenn ihr filmt damit. Und ich finde, da kann man sehr, sehr schöne Filmaufnahmen mit erzeugen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Urlaubsfilm macht, und das soll alles in einem einländlichen Look sein, dann kann man sich eben diese Filmesimulation zunutze machen und spart sich dann am Ende die Farbkorrektur. Ja, ich rede immer ungegen zu viel über technische Daten. Es ist ein 26 Megapixel-Sensor. Das ist wohl der beste APS-C-Sensor, den Fujifilm aktuell im Angebot hat. Die Kamera ist ja auch teuer. Die kostet 1.400 Dollar ungefähr. Also, ja, liegt sie schnell bei 1.400 Euro. Und, wie gesagt, es ist halt eine Kamera, die sollte man sich wirklich als Zweit- oder Drittkamera kaufen. Es ist nicht die erste, die ich mir kaufen würde, wenn ich vom Smartphone umsteige. Es ist halt, dass ich weiß, 35mm ist meine Brennweite. Ich weiß es persönlich jetzt schon, weil ich ja sehr, sehr viel fotografiert habe mit verschiedenen Brennweiten und merke, dass 35mm ist eigentlich mein Lieblingsobjektiv. Ob das für Porträts ist, ob das für Landschaften ist, ob das für Architektur ist, es macht mir immer am meisten Spaß insgesamt. Klar vermisse ich da manchmal ein bisschen mehr Weitwinkel oder vermisse ein bisschen mehr Tele. Aber grundsätzlich finde ich 5mm ist die beste immer drauf. Brennweite. So, soviel zur Fuji X100V. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Ciao.